dumm bin an der maus zu ziehen ich hab durch betonwand oder was das ist geschossen ist die scheiß stellung junger willst du da und nein ich sehe nichts aber ich sehe einfach nichts jetzt hier raus sorry kumpel ich war schuld meine granate macht wieder gar nichts aber ich schmeiß die scheiße ball zum fenster raus sinnlosen granaten das haben die granaten vom problem mit mir das bohren die denn hier direkt oder was guckt euch das an leck mich am arsch alter dämliche scheiße hier mit den granaten das ist doch dreck ey hier hast du eine nade bleib stehen die tut dir nichts ich laufe rein und krieg eins in die fresse komm hier eine granate ja komm schmeiß zurück ja warum schmeiße ich die granate überhaupt zurück das ist doch sinn das kommt leck mich das macht ja gar keinen sinn hier stellung auf dieser map die kommen ja von allen seiten angeschissen du hast nicht mal eine idee die werden einfach wild du musst keinen die ja komm ich ja es ist ist so klar alter es ist halt's maul die scheiß granaten alter ey der ist doch direkt da dringend gespawnt da ist doch hier zwei meter von der scheiße gespawnt und ich geh drauf ey warte stellung nicht hier unten wo lauft ihr denn hin ihr blind fischermann wie ist er schon wieder erobert von diesen pisspötten nein so kann das nie etwas werden und wisst ihr warum weil ich umgeben bin von blutigen amateuren und ignoranten von blödjahnen und hängeohren nur gut dass ich drin bin und pass auf er schlägt durchs dach und er schlägt mich da wundern wir das mich nicht ich hab keine lust mehr frisst das hier rein und reinballert einfach mal die nade meine granaten machen nichts da war ein hitmarker ein zarter hitmarker war zu erkennen von meiner granate da fühl ich mich schon geschmeichelt er verreckt einfach nicht springt da rum wie angeficktes osterhäschen ich mach mal bloß ein kill und dann kratz ich ab so Drohne wir werden schwer durchgefickt man ich muss mich ein bisschen zusammenreißen Lachmann alter Lachmann mal Lachmann komm Junge sei nicht so ernst Lachmann Nein da war die Knifte leer vielleicht wärs noch ein Doppelabschluss geworden oh da war eine Granateminion war das Doppelabschluss? ich hab's jetzt gar nicht aufgepasst 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 da ist ne Plakette da ist auch noch eine Schade das wär vielleicht auch noch ein Doppelabschluss geworden der eine kommt der eine kommt unter wie so ein Würstchenverkäufer kommt nochmal kurz aus seiner Tür raus Bockwürste für alle in einer unkontrollierten Gefahrenzone gelandet er fordert Aufklärung an kein Biologieunerricht gehabt was er zementierende seine Liebe im Zement das ist die Schwellung ich bin hier nur am Maulen meckern rumschreien alle zu beschimpfen ey sowas bringt mich jetzt schon immer in Rage Jungen sowas dämliches ich schmeiß eine Granate die prallt ab er kommt rennt durch und schon knallt mich wieder einer ab so will ich das Granate kommt ja ich bin tot meine Granate macht wieder gar nichts also will ich das sehen scheiß Granate alter dieser Dreck Junge halt's Maul mir aus dem Weg Junge du auch verpiss dich Perimeter geht mir auch auf den Sack was soll das sein er schiebt seinen Schwellschäden durch die Tür Hör auf sowas zu sagen alter ist das mit ihm alter will er nicht sterben hier Junge was wälzt er sich da noch im Dreck als würde ich ihn aufheben wollen Drohne raus macht was draus ihr Arschlöcher oh es war ein Kumpel hast du dir so gedacht Junge deinen Schlüpper weggeschossen blöde Kuh in der Zone ne ach komm die haben uns ja eh abgefettet das war da war Hopfen und Malz verloren was war hey das war jetzt der Höhepunkt des Spiels oder was das war ja mal in Vanguard äh nicht in Vanguard in Cold War fand ich so geil da hast du ja richtiges Premporium wenn du Gold freigeschaltet hast Bam Gold und zack und da und hier kriegst du so ein Lapitan naja wenn du es nicht hin wenn du nicht aufpasst kriegst du es gar nicht mit dass du irgendwas freigeschaltet hast Benji fing ja an damit ich hab's mir gekauft so dann dachte ich mir naja gut weiß ich nicht hab mich erstmal ein bisschen informiert paar Videos angeguckt und paar andere Meinungen abgeholt naja gut da hast du drei Leute vier Meinungen legen wir hier Munition ab hier so das war jetzt wieder drei Kits ohne zu sterben so und um sicher zu gehen nochmal einen hinterher schieben wenn du über 40 bist ja ich werde jetzt nächstes Jahr dann 52 also von daher hast du noch ein bisschen Luft da hängt doch immer noch auf der Treppe rum Alter da hängt doch immer noch auf der Treppe rum da hängt doch immer noch auf der Treppe rum siehste 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 nur in den Hütten hängen Alter am Fenster und warten dass einer draußen vorbeiläuft das ist doch traurig Menschenskind so ein erbärmliches Leben was die führen das gibt es doch gar nicht du idiot aber sie sind sicherer als ich ich krieg wieder so ein Drecksding in die Fresse ich spring grad zum Fenster raus was weiß der hat er das gesehen dass ich dort raus springe oder was da war keine Sau wenn ich nicht zum Fenster raus gesprungen wäre ey wieso kriege ich ihn nicht mit dem Schlag in die Fresse tot Alter das verstehe ich nicht da oben sitzt da schon wieder einer er rennt wieder in seine siehste siehste wie er reingerannt ist und sich in seine Ecke gehockt hat rein hoch die erste Stufe hoch die erste Treppe und dann wieder hingehockt auf die Plattform er kommt er kommt er kommt schon pre-fire und die Treppe hoch sowas er hätte das gewusst ich glaube manche sind ja auch echte Legenden wo ist der aufstehen du Lappen was ist denn das eigentlich dem Tastmatch oder was ist hier los was machst du hier für Faxen was da hinten steht immer noch einer bewegt sich nicht der Faxe wird erschossen da ist doch beschlossen aber das ist recht da kenne ich gar nichts er ist tot Jim nein nein warum höre ich auf zu schießen ich dachte er war schon tot und dann höre ich einfach auf man ach man nein rein hier rein hier hab ich es doch gewusst hab ich es doch gewusst Mist drei Leute ich hab geklebt ich hab an der Wand geklebt und hab keinen erschossen weil ich ein nutzloser Schandfleck bin ich bin es nicht würdig dieses Spiel zu spielen er kann mich natürlich nur erschießen wenn er 20 cm hinter mir steht wie das durch die Wand durch die Wand durch eine dicke Betonwand ich komm nicht mehr durch eine Holztür ach ne das ist ach das ist hier auch ein Holzfenster ok er stirbt einfach nicht was soll denn das Caspar die Erde eigentlich immer mit denen da auf der Erde rumgewälzer kleb dich an die Wand ja ok ja ok dann hat er hier dann hat er hier durchs Holz geschossen ja ok Fargbank diese Gummipuppe flieg ich hier durch die Kanter ja ich bin es hol die Plaketten Fifi unsere Wohnung kreist das Gebiet völlig zerstört völlig zerstört völlig zerstört Alter hast du das gesehen? was ist denn? was ist denn? was ist denn? was ist denn? der dreht sich da draußen mit dem rumkreis an meinem Mail Ja, ich bin alt, hör auf, hör auf, aber das ist scheiße, Mann, aber was willst du machen? Aber ich meine, gut, mir tun die Knochen nicht weh und es ist noch alles intakt und so. Ja, die Haare sind weg, aber ansonsten stimmt noch alles. Die Augen werden ein bisschen schlechter und so. Ich will jetzt!